Jemand klingeln? Ja, Besuch. Überraschung Nummer 2. Hallo! Soll ich dir helfen? Ja, gerne. Chica, wer bist du denn? Hallo. Wer bist du? Die Nara. Hallo, ich bin die Nara, 22, aus Zürich, Schweiz. Ein vertrautes Gesicht. Ich kenn die Nara. Da wir uns schon ultralang folgen auf Instagram und dachte so, okay, wird's jetzt noch besser. Hallo. Natürlich bekommt auch Nara gleich mal eine räumliche Einweisung. Duschen ist oben oder unten? Okay, komm, ich zeig dir. Der erste Eindruck war super. Emanuel sieht gar nicht schlecht aus. Hallo, Feueralarm, jemand ist gekommen. Jetzt zur Dusche. Das ist die Jessie. Hallo, freut mich. Auf einmal sehe ich, dass noch eine neue Kandidatin kam, war aber direkt irgendwie positiv überrascht gewesen, weil die so eine krasse, positive Ausstrahlung hat und so ein breites Lächeln. Also ich glaub, die sind hier auf jeden Fall noch mal auf ordentlich frischen Wind in die Bude. Und nun das Freiluftgehege. Also das ist der Ausblick von hier oben. Mega, wow. Und cool. I like it. I like you, girl. I like you too. Wie schön. Girls and Boys, wir haben eine neue. Hi. Freut mich. Ich bin mit der Mia aus der Dusche rausgekommen, dann habe ich die das erste Mal gesehen und dachte mir, hey cool, dass du auch da bist. Das Problem ist halt, die Mia ist halt ein Tiger. Die ist halt so. Klasse. Da können wir uns schon aufs nächste Drama freuen. Ich war nervös natürlich, weil die kennen sich alle schon. Die sind schon alle verbunden. Und sie haben mich so gut aufgenommen, dass ich mich mega wohl fühle da. Mia hat Geburtstag. Zu trinken haben wir alles. Oh mein Gott. Aber dann bring ich ja einen Drink, wenn sie cool ist, klar. Mia ist allerdings not amused. Ich kenne die Nara vom Bachelor. Ich hatte nicht so viel Zeit verbracht mit ihr. Aber ich wusste, dass sie so eben mal ein bisschen tricky ist. Deswegen wäre ich so... Ich habe mich noch gar nicht richtig vorgestellt. Nara, hi, ich bin der Yassin. Freut mich. Ich bin der Barkeeper hier im Haus. Hast du mir jetzt was gebracht? Ja natürlich, klar. Zum Anstoßen. Ich wollte hier gerade einen Drink machen. Natürlich kam Yassin dazwischen. Mein Motto hier ist 24 Stunden. Einfach saugen. Einfach Party machen. Und deswegen, welcome Nara. Welcome. Ich werde rocken. Wir trinken. Wir machen Party zusammen. Ex, 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 ex. Drei, zwei, eins, go. Der kann so schnell Echsen und so viel, dass ich... Aber sie ist auch schnell. Welcome to the family. Welcome. Emanuel trägt Mia weg. Der ahnt wohl, dass sie jetzt jede Unterstützung braucht. Komm mit runter. Nee, wir gehen essen. Warum essen? Okay, ich erkläre die Situation, wie alles hier abläuft. Also schon. Na Mia? Alles frisch? Nara? Don't talk to my man. Don't touch my man. Don't look at my man. Okay? Just saying.